und los geht's zusammen marco von huawei blog hier und ja heute mit einem für mich besonderen video denn es geht um die problematik mit der huawei seit dem us embargo zu kämpfen hat nämlich den fehlenden google mobile diensten und in diesem video zeige ich euch wie ihr diese wieder nativ also ohne gbox oder gspace auf euer smartphone genauer gesagt auf das huawei p60 pro bekommt gleich nach dem info geht's los schritt für schritt mit allen informationen viel spaß ja aber bevor ich mit der schritt für schritt anleitung loslegen noch ein paar infos vorab die könnt ihr natürlich wenn ihr euch rein nur die anleitung anschauen wollt wenn ihr die anleitung befolgen wollt später überspringen unten im inhaltsverzeichnis die ganze methode basiert auf einem video was im november auf dem youtube kanal system hacks erschienen ist und wo doch recht überraschend dargestellt wurde dass man die google mobile services beziehungsweise genauer gesagt die micro g alternative wieder nativ nutzen kann seitdem ist jetzt schon eine weile vergangen was hat eigentlich huawei blog gemacht nein wir haben nicht und hätte ich um gesessen sondern wir haben ganz viel versucht zu recherchieren ganz großes lob ganz großer dank geht hier an josef aus dem android hilfe forum mit dem ich immer wieder in kontakt stand der viel recherchiert hat der viele probiert hat wir uns viel ausgetauscht haben und letztlich hat er die möglichkeit der installation ganz genau schritt für schritt ausgearbeitet wir haben das ein oder andere ausprobiert und jetzt ist es wirklich so die anleitung wie ihr hier im video nachher sehen könnt schritt für schritt die garantiert euch den erfolg ich habe schon gesagt es sind natürlich nicht die original google mobile services das geht nicht da gibt es immer noch das embargo es geht um micro g micro g haben wir euch schon vorgestellt insbesondere als alternative um die push benachrichtigungen zu bekommen es gibt zum einen eine spezielle variante für huawei dieser micro g dienste und beim huawei p60 pro ist es jetzt so ich glaube dass er durch zufall aufgefallen dass die sogenannte signatur täuschung des signature spoofing bei diesem gerät funktioniert und zwar mit der firmware 13.1.0.183 also mit dem mit dem sicherheits patch november 2023 was ist jetzt der vorteil dieser signatur täuschung diese signatur täuschung gaukelt google quasi vor dass es ein ein lizenziertes gerät ist das heißt ihr könnt euch in den google apps mit eurem google account einloggen im gegensatz zu jetzt wo ihr natürlich auch chrome über aurora store herunterladen könnt euch aber nicht mit eurem konto einloggen könnt könnt ihr das mit dieser variante das heißt es ist damit fast eine uneingeschränkte nutzung der g apps wieder möglich ihr könnt also gmail nutzen mit allen konten ihr könnt google drive nutzen inklusive synchronisation und sicherung zum beispiel von whatsapp von whatsapp ihr könnt google fotos nutzen als sicherung euren kalender eure kontakte google messages wieder als bevorzugte nachrichten sms ihr bekommt natürlich auch push benachrichtigungen ganz ohne unterbrechung der dienst wird also nicht im hintergrund beendet bei den apps die bis jetzt gemeckert haben da fehlen die google dienste tritt normalerweise diese meldung nicht mehr auf ganz wenige auf ausnahmen kurzum zu ich würde mal sagen 98 prozent könnt ihr euer huawei p60 pro wieder so nutzen als ob es google dienste hätte ich sag 98 prozent denn was funktioniert nicht weiterhin funktioniert natürlich nicht google wallet google pay wer ehrlich gesagt auch schlimm wenn man so eine sensible app so leicht über listen könnte dann müsste ich mir schon überlegen ob ich das als zahldienst weiterhin nutzt also google wallet google pay funktioniert nicht android auto die alte problematik weil nicht zertifiziert funktioniert ebenso nicht auch der google assistant funktioniert nur auf zertifizierten geräten da habt ihr also auch nicht alle funktionen und vor allem google play spiele will auch nicht so hundertprozentig ich denke aber im großen und ganzen mit den einschränkungen kann man durchaus leben wenn man insgesamt einfach noch von der technik von der hardware und auch von der software der huawei geräte überzeugt ist ich spreche die ganze zeit nur vom huawei p60 pro denn derzeit funktioniert diese methode ausschließlich auf diesem gerät man dachte zuerst es ist eine änderung mit ihrem 13.1 eingeführt wurde aber all meine bemühungen das auf dem mate x3 zu installieren schlugen fehl jetzt ist es allerdings auch so dass da eine recht alte firmenware mit sicherheitspatch märz 2023 drauf ist ob das mit einer neueren firmenware sich dann ändert können wir natürlich nicht sagen ist aber vielleicht momentan nicht ganz so wahrscheinlich natürlich haben wir auch bei huawei dazu nachgefragt aber ihr könnt euch vorstellen natürlich gibt es kein offizielles statement dazu das heißt wir können nur spekulieren wie sich das ganze in zukunft entwickelt ob man das als testballon nutzt mit dem p60 pro ob man diese möglichkeit zukünftig grundsätzlich bei der firmenware einbaut weil es ist ja keine hintertür im sinne von wir nutzen die original google mobile services wie es wäre es bei den anleitungen ende 2019 anfang 2020 hatten sondern es ist die option micro g als variante als open source variante zu nutzen eben mit dieser signatur täuschung und das ist das entscheidende ich glaube wenn sich das in zukunft bei weiteren huawei geräten durchsetzt bei den firmenwärts und damit ja eine nahezu uneingeschränkte nutzung auch mit google möglich ist dass das den markt wieder durchaus beleben könnte und schauen wir mal an und beobachten mal was ich da in diesem jahr noch tut das soll es zum vorwort erst mal gewesen sein im nächsten schritt gibt es jetzt die anleitung schritt für schritt wie schon gesagt gegenüber dem original video gibt es leichte änderungen noch mal dank an josef wenn ihr die genau befolgt dann ist der erfolg garantiert und wir legen dann los mit schritt ein wichtig ist dass ihr die anleitung befolgt oder durchführt nachdem ihr euer gerät zurück gesetzt habt bzw die ersteinrichtung noch nicht abgeschlossen ist das heißt zunächst im schritt eins führt ihr diese ersteinrichtung aus legt gegebenenfalls die sim ein macht die sprachauswahl verbindet euch mit dem wlan und ja geht einfach so vor wie beim neu einrichten eines smartphones üblich wichtig ist hier natürlich auch dass ihr euer p60 pro als neues gerät einrichtet und keine sicherung wieder herstellt so und damit haben wir jetzt ein neu erst eingerichtetes huawei p60 pro ihr seht hier mit die software aktualisierung angeboten denn ich bin auf der 13 1 0 183 diese firmenwehr ist die basis für die anleitung mit älteren firmenwärts klappt es nicht als nächstes gehen wir in die huawei app gallery und bevor wir da irgendwas machen deaktivieren wir die automatische aktualisierung der apps die brauchen wir später beziehungsweise wir aktualisieren erst mal die app gallery wenn uns das angeboten wird das geht ja recht schnell jetzt gehen wir wie gesagt in konto gehen hier unten auf die einstellungen und die auto aktualisierung von apps sollte entsprechend deaktiviert also aus sein anschließend schauen wir uns mal an was wir hier an aktualisierung haben und da ist vor allem wichtig der huawei browser den finden wir hier der sollte in der version 14 0 2 311 installiert sein die brauchen wir die wird mir hier auch angeboten die ältere ignoriere ich und gehe auf aktualisieren wie gesagt die auto aktualisierung brechen wir hier wieder ab aktualisieren nur den huawei browser nachdem wir diesen aktualisiert haben gehen wir in die einstellungen und gehen dort auf apps und services und suchen hier unter apps den huawei browser raus der ist direkt hier oben und aktivieren alle berechtigungen auch hier unten unter weitere berechtigungen gucken ob da noch was ist und wichtig ist hier systemeinstellungen ändern ja als nächstes gehen wir zurück wieder in die einstellungen wieder in apps und services und dort auf standard apps hier sollte der huawei browser ausgewählt sein das ist wichtig für den ersten schritt sollte auch nicht anders sein da grundsätzlich an dieser stelle noch kein anderer browser installiert ist nächster schritt in den einstellungen wir gehen auf den menüpunkt sicherheit dort gibt es hier unten die weiteren einstellungen und dort die option apps aus externen quellen installieren hier findet ihr den huawei browser da steht noch ein nein das ändern wir und wählen dass die installation aus dieser externen quelle sprich huawei browser zugelassen ist mit diesem huawei browser gehen wir dann den starten wir natürlich und anschließend gehen wir auf die download seite der microg dienste das ist microg.org und dort über das menü hier auf den punkt download ihr findet nun hier unten mehrere downloads was müsst ihr herunterladen die oberen beiden microg services und companion ignoriert ihr und ladet nur service framework proxy runter und dann findet ihr unten alternative downloads da findet ihr die beiden dateien von oben nochmal mit der endung minus hb für huawei das sind die speziellen huawei dateien die müsst ihr ebenfalls herunterladen bevor er jetzt losklickt und irgendwas macht wichtig ist ihr ladet herunter und installiert direkt aus dem browser heraus die dateien also nicht erst herunterladen irgendwo abspeichern oder mit dem pc herunterladen und dann aufs smartphone überspielen sondern direkt mit dem p60 pro herunterladen und dann direkt so wie ich es hier macht die datei entsprechend installieren auch nichts öffnen sondern einfach nach der installation auf fertig klicken und das war dieser schritt ob ihr hier alles richtig gemacht hat und ob dieser schritt richtig funktioniert hat seht ihr daran wenn ihr auf den home screen wechselt sollte keine der installierten apps hier angezeigt werden ihr seht das ist immer noch die standard einrichtung keine der apps wird angezeigt und das ist die erste prüfung ja es hat wohl alles richtig funktioniert sollte euch hingegen eine der apps hier angezeigt werden dann ist etwas schief gelaufen dann hier bitte noch mal abbrechen nicht weitermachen dass wir zu keinem erfolgreichen ergebnis führen sondern noch mal erneut zurücksetzen und noch mal anfangen dann habt ihr vielleicht was vergessen oder eine berechtigung nicht richtig gesetzt wichtig hier nicht weitermachen das wäre zeitverschwendung als nächstes müssen wir die jetzt installierte micro g app konfigurieren dazu gehen wir die einstellungen suchen den punkt apps und services apps und hier jetzt micro da habt ihr schon das micro sie micro services dieser punkt hier den müsst ihr auswählen und hier vergebt ihr erst mal alle berechtigungen wichtig beim standort immer auswählen bei kontakte zulassen sms zulassen medien unterteilen nur medien telefon zulassen körpersensoren zulassen und jetzt noch mal hier unten weitere berechtigung auch geräte in der nähe zulassen und jetzt geht ihr hier weiter runter über anderen apps anzeigen ebenfalls auswählen und bei dem menüpunkt standardmäßig öffnen habt ihr die unterpunkte unbestätigte links und bestätigte links hier geht ihr auf unbestätigte links dann hier unten auf das plus für hinzufügen und hier seht ihr schon den eintrag punkt app punkt google den welt er aus bestätigt hier oben mit dem haken und dann steht hier eine kleine 1 und die einstellung ist vollzogen wir sind weiterhin bei den einstellungen der micro g services und hier seht ihr oben rechts das kleine zahnrad da geht ihr als nächstes drauf um die einstellung die konfiguration der micro g alternative also die alternative für die google services zu konfigurieren auch hier können wir als erstes wieder prüfen ob unsere installation bislang erfolgreich war dazu gehen wir auf den punkt selbst prüfung und hier sollten jetzt alle haken hinten gesetzt sein und hier kann ich euch jetzt auch den signifikanten unterschied zeigen zu den anderen google geräten ich habe hier mal das mate x3 und hier seht ihr system täuscht signatur ist hier nicht aktiviert lässt sich auch nicht aktivieren im vergleich hier zum p60 pro da ist dieser entscheidende punkt eben aktiv wenn dies auch bei euch so aussieht dann könnt ihr als nächstes euer google konto hinzufügen ihr seht hier nicht eben den google screen sondern den micro g services screen und dort könnt ihr ganz normal euer google konto so wie es kennt hier über die anmeldeseite entsprechend hinzufügen solltet ihr hier eine zwei faktor authentifizierung nutzen müsst ihr hier entsprechend wie es auch von jedem gerät mit offiziellen google mobile services kennt die bestätigung durchführen mit der methode die ihr bevorzugt ich mache das hier parallel auf einem anderen gerät und ihr seht den screen kennt ihr von google so sieht das ganze auch offiziell aus und jetzt verbindet sich micro g mit den servern und hat das kontro konto entsprechend eingerichtet ob dies wirklich der fall ist könnt ihr wieder über einstellungen tun geht dann hier runter zu nutzer und konten und hier seht ihr hier sollte jetzt euer google konto eingetragen sein bei der gelegenheit der überprüfung könnt ihr auch gleich hier unten auf legacy settings gehen und hier in der mitte den menüpunkt erlaube apps accounts zu finden auswählen das ist nämlich der entscheidende schritt mit dem nachher die installierten google apps über micro g als alternative für die offiziellen gms euren login in den google apps ermöglichen jetzt müssen wir den einstellungen noch ein paar konfigurationen vornehmen und zwar unter apps und services apps seht ihr oben dieses vier punkte menü dort geht ihr drauf und wählt den punkt sonderzugriff wenn ihr diesen ausgewählt habt dann müsst ihr auf den punkt uneingeschränkter datenzugriff den findet ihr hier hier sucht ihr jetzt wieder micro g und aktiviert bei allen drei apps apps also micro g companion micro g services und micro g services framework proxy die den uneingeschränkten datenzugriff die nächste konfiguration findet sich eben unter oder ebenso unter einstellungen apps und services und dort wählt ihr den startmanager hier sucht ihr jetzt wieder die micro g genau services framework proxy und schaltet automatisch verwalten aus anschließend erscheint dieses optionenfeld da seht ihr schon ihr wollt einen auto start einen sekundären start und eine ausführung im hintergrund das erlaubt den dem micro g services framework dass es auf jeden fall immer gestartet wird und immer im hintergrund läuft und nicht irgendwann deaktiviert wird nächster schritt ihr startet wieder den huawei browser und geht jetzt auf google.com also www.google.de und ihr habt ja dann hier oben die möglichkeit euch im browser anzumelden auch das macht ihr entsprechend wie ihr es von jedem gerät mit offiziellen gms gewohnt seid ihr seht dann nach der anmeldung hier oben die schaltfläche hat sich entsprechend geändert es steht nicht mehr anmelden sondern abmelden da auch hier funktioniert das ganze problemlos mit der zwei faktor authentifizierung die ihr dann gegebenenfalls über eure bevorzugte methode wieder bestätigen müsst im nächsten schritt brauchen wir unsere playstore alternative den offiziellen playstore können wir nicht nutzen aber eben aurora ist im grunde ein playstore client das heißt es wird auch auf die offizielle google playstore datenbank zugegriffen nur eben über einen anderen client heruntergeladen ihr könnt euch aurora store über die offizielle webseite auroraoss.com herunterladen hier in unserem fall die version 435 das ist die aktuelle stable version wenn ihr diesen installiert habt nicht direkt wieder auf öffnen klicken sondern wir gehen erstmal wieder in die einstellungen apps und services apps und hier oben auf das vier punkte menü und den punkt sonder zugriff und dann ganz oben direkt akku optimierung dort klicken wir oben bei nicht zugelassen auf alle apps finden hier direkt den aurora store und sagen wir wollen die akku optimierung nicht zulassen sprich der aurora store die app soll immer weiter laufen und soll im hintergrund nicht geschlossen werden nicht zulassen mit ok bestätigen als nächsten schritt müssen wir noch zulassen dass aurora auch apps installieren kann dafür gehen wir wieder in einstellungen sicherheit nach unten auf den punkt weitere einstellungen apps aus externen quellen installieren und hier wieder aurora so wie wir es eben schon beim browser gemacht haben app installation zulassen und das war es an der stelle jetzt können wir den aurora store öffnen bei der installationsmethode behalten wir den bereits ausgewählten punkt session installer bei hier könnt ihr die darstellung entsprechend euren wünschen konfigurieren wichtig ist jetzt wieder die konfiguration hier bei den app links ihr seht hier einmal play google.com und market android also der alte online store bis 2017 ihr geht hier oben bei play.google.com auf aktivieren und auch das kennen wir schon wir sind in den app infos hier geht ihr wieder auf den punkt unbestätigte links hier unten auf das plus für hinzufügen und jetzt habt ihr hier die einträge die euch gerade auch bei den app links schon begegnet sind einmal play google.com einmal market android und ihr könnt natürlich hier auch optional für amazon die verlinkung auswählen die verlinkung auswählen ich mache das hier nicht ihr seht die sind ausgewählt hier wird das ganze bestätigt zwei unbestätigte links und jetzt auf der installationsseite vom aurora store sind die obersten beiden punkte aktiviert noch mal ihr könnt natürlich hier auch amazon entsprechend aktivieren auf der nächsten seite erlaubt ihr noch den zugriff auf alle dateien und könnt euch jetzt wie wir es schon mehrfach in dieser anleitung gemacht haben mit eurem google konto anmelden so hier haben wir uns jetzt mit dem konto angemeldet und aurora startet ihr geht jetzt hier unten auf den punkt updates und findet dort direkt an oberster stelle den punkt google play dienste dort drückt ihr lange drauf und wählt dann hier unten aus dem menü zur sperrliste hinzufügen denn wir nutzen ja nicht die offiziellen google dienste sondern eben die micro g variante dementsprechend können wir auch nicht die offiziellen google dienste aktualisieren nächster punkt bevor ihr jetzt hier auf alle aktualisieren klickt sucht ihr die android system webview in meinem fall hier die beta weil ich ansonsten in der beta angemeldet bin und geht hier auf installieren jetzt bitte nicht ungeduldig werden um diese android system webview zu installieren muss im hintergrund die 3 chrome library runtergeladen werden die wird automatisch aktualisiert beziehungsweise herunterladen und dann müsst ihr hier kommt schon nur noch auf installieren klicken wenn das passiert ist wird jetzt android system webview heruntergeladen und nach dem download könnt ihr diese ebenfalls installieren diesen schritt zwingend bevor ihr irgendwas aktualisiert oder über den aurora store herunterladen durchführen wenn ihr jetzt hier auf den homescreen geht seht ihr auch das webview entsprechend installiert wurde bevor wir jetzt etwas anderes machen oder mit dem aurora apps herunterladen gehen wir noch mal in einstellungen apps und services und dort auf den startmanager dort suchen wir die android system webview raus und wählen auch hier nicht automatisch verwalten sondern manuell und aktivieren wieder beziehungsweise ist schon aktiviert die drei menüpunkte und bestätigen das ganze mit ok jetzt müssen wir noch die einstellungen von android sichern schützen dass die im hintergrund weiterlaufen dafür gehen wir in die kürzlichen apps indem wir mit der geste von unten nach oben wischen und ziehen jetzt einfach die einstellung einmal nach unten ihr seht oben erscheint so ein kleines schloss symbol das sorgt dafür dass die einstellungen nicht geschlossen werden warum machen wir das nun in den einstellungen von google hier unter nutzer konnten ist es so das hat der josef festgestellt dass die mittlere einstellung der zugriff der apps manchmal gelöscht wird das verhindert dieses sichern der einstellungs app ja und dann sind wir so weit dass wir über aurora ganz normal apps installieren können also google apps wir probieren das ganze einfach mal anhand der youtube app wir geben hier youtube ein die offizielle app wird auch direkt gefunden herunterladen und entsprechend installieren ihr müsst die installation immer manuell noch mal ja anstoßen über diesen über diesen zwischen screen automatisch geht es hierüber nicht ja wir finden die installierte app auf unserem home screen starten die ganze und da ist es schon wir haben unsere konten in meinem fall auch noch die beiden blog konten ich bin also direkt angemeldet und diese option hatte ich bisher bei der nutzung von microg nicht das ist eben die besonderheit hier bei der neuen methode oder hier entsprechend an einem weiteren beispiel google drive ihr seht hier ist mein konto hinterlegt und ich kann komplett auf alles zugreifen damit habt ihr jetzt ein p60 pro mit dem ihr ja 98 prozent der google apps beziehungsweise der apps überhaupt wieder so nutzen könnt wie es gewohnt seid jetzt noch eine besonderheit insbesondere wenn ihr kalender kontakte synchronisieren wollt und die spracherkennung von google nutzen wollt dafür habe ich euch hier unten unter dem video drei dateien angehängt die ihr herunterladet das sind einmal die spracherkennung und synthese von google die google kontakte synchronisieren und die google kalender synchronisierung einfach das paket synchronisierungs apk auch hier nochmal danke an josef der die bereitgestellt hat runterladen entpacken könnt ihr direkt auf dem smartphone machen und diese anschließend installieren wenn ihr die app installiert habt geht ihr als nächstes in einstellungen apps und services apps ihr kennt es schon hier oben auf das vier punkte menü sonder zugriff uneingeschränkter datenzugriff und jetzt wenn ihr sync eingebt dann seht ihr schon ihr könnt hier jetzt den datenzugriff bei den drei installierten apps entsprechend genehmigen damit das alles entsprechend funktioniert und abschließend dann wieder unter einstellungen apps und services im start manager auswählen dass diese dienste auch automatisch im hintergrund ausgeführt werden das heißt nicht automatisch verwalten sondern hier wieder auf die manuelle verwaltung und alle punkte auswählen damit ist garantiert dass auch diese apps bzw dienste im hintergrund entsprechend laufen wenn ihr jetzt in der huawei kontakte app sofern die weiterhin nehmen wollt euch bei einem konto anmelden auswählt und hier das google konto kontakte synchronisieren beziehungsweise wenn ihr hier schon entsprechend kontakte über eure huawei id zum beispiel seht dann könnt ihr auch hier oben über das vier punkte menü einstellungen konten hier dann entsprechend euer google konto auswählen und hier ich habe schon hinzugefügt momentan läuft die synchronisierung nicht aber sobald die läuft werden euch dann entsprechend die kontakte angezeigt genauso geht das ganze über die kalender app wenn ihr nicht die offizielle kalender von google nutzen wollt sondern die von huawei könnt ihr diese aufrufen hier oben auf das vier punkte menü dort auf dem menüpunkt konten verwalten und hier könnt ihr ein e mail konto hinzufügen und dann eben auch google auswählen und euch entsprechend anmelden noch ein paar abschließende infos natürlich gibt es auch viele von euch die gekaufte apps haben aus dem google play store funktionieren die mit dieser methode ja sofern es eine pro app gibt also eine extra app version die man gekauft hat funktioniert das ebenfalls sollte das ganze über einen in-app kauf mit dem google konto direkt verbunden sein ein beispiel von einer app die ich nutze ist zum beispiel aqua mail da gibt es keine explizite pro app sondern ich habe einen in-app kauf getätigt der ist mit meinem konto verbunden aber es gibt keine extra app version dann sondern es bleibt bei der gleichen app dann funktioniert es nicht ihr braucht also eine extra pro app version was aber in den meisten fällen glaube ich so ist und dann könnt ihr diese pro version auch weiterhin nutzen ansonsten ist mein fazit dass das nach vielen jahren wieder eine super möglichkeit ist die google dienste auf einem huawei zu nutzen weil wir stellen fest es gibt immer noch ganz viele fans es gibt viele die gar nicht so viel vermissen es sind kleinigkeiten natürlich bringt euch die methode immer noch kein android auto natürlich bringt die methode immer noch keine bezahlmöglichkeiten über google pay google wallet aber die anderen 98 prozent die habt ihr zurück das heißt ihr könnt chrome nutzen mit eurem account ihr könnt drive nutzen mit synchronisierung google fotos etc etc und ich sage ganz ehrlich damit sind alle huawei fans verdammt gut aufgestellt und damit sollte der ein oder andere der bis jetzt gezweifelt hat sich doch überlegen ist so ein p60 pro nicht das richtige für mich gleichzeitig sollte sich huawei überlegen ist das nicht etwas was wir zukünftig in all unsere firmenwares einbauen für all unsere firmenwares ermöglichen um da vielleicht doch den ein oder anderen kunden außerhalb chinas wieder für uns zu gewinnen und ich glaube damit könnte man ganz viel erreichen und das ist auch die große frage die ich an euch habe zum abschluss an dieser anleitung wie seht ihr das reicht euch das aus um zurück zu huawei zu kommen oder sagt ihr nein das ist immer noch eine halbgare lösung das ist mir immer noch zu umständlich das geht gar nicht ich will ausschließlich dies original zurück schreibt mir gerne in die kommentare genauso wenn ihr fragen habt wenn irgendwas nicht klappt in der anleitung ab damit und ich versuche schnellstmöglich alles zu beantworten und euch zu helfen ja und das war es erstmal ich sage danke fürs zuschauen ciao euer marco